Ja, das funktioniert tatsächlich. Das ist aber spannend. Okay, machen wir noch ein zweites. Das spielt keine Rolle. Das heißt, jetzt kann man sie wieder verspachteln und noch einmal probieren. Das ist das Schöne mit so einem offenen Material. Zuerst wieder auftragen. Jetzt muss ich herausfinden, woran es klar hat, dass es beim ersten Mal funktioniert hat, beim zweiten Mal nicht. Es könnte sein, dass da jetzt viel Material drin ist. Schauen wir mal. Gut, das ist schon mal gegangen. Da war schon mal zwei Horns gelegt. Gut. Das war's für heute.